Grüß euch! Heute sind wir auf der Sportmall. Kommt mit, schau mal durch, was es da so zu entdecken gibt. Dann schauen wir mal zum New Balance. Hi, grüß dich. Hallo, grüß dich. Du, wieso bist denn du gern beim Salzburg-Marathon dabei? Ich bin sowieso gern beim Salzburg-Marathon mit dabei. Ich laufe auch am Sonntag, da freue ich mich schon drauf. Und wir als New Balance sind einfach super gern Partner vom Salzburg-Marathon, weil es cool zusammenarbeiten ist mit den Leuten. Es ist eine coole Stadt, es ist ein cooles 3-Tages-Lauf-Event und es taugt uns einfach, dass wir mit dabei sein können. Cool. Du, hast du irgendeinen Laufschuh für mich? Irgendwas Spritziges? Ich empfehle den aktuellen Rebel, das ist dieser Schuh. Der ist halt wirklich ein Lightweight-Trainer. Ist unser leichterster Schuh aktuell auch und fühlt sich einfach spitze an. Willst du mal probieren? Ja, den probiere ich gleich. Und sehr bauanziehend. Ja, der Schuh sitzt leicht und locker. Da kann man sicher schnell laufen, oder? Da kann man auf jeden Fall schnell laufen. Also, wenn sich noch wer kaufen will, wir haben genug davon da die nächsten zwei Tage. So, gehen wir weiter, schauen wir, was es noch zu entdecken gibt. Hallo Stefan. Hallo Christi. Du, warum seid ihr so gern beim Salzburg-Marathon auf der Sportmall dabei? Du, es trifft mir wahnsinnig nette Leute, die sich interessieren für das Thema Gesundheit. Es ist bewegend in jeder Hinsicht und Bewegung tut einem von der Krebsprävention gut. Und darum ist es für uns wichtig, dass wir hier ein starkes Zeichen setzen und dabei sind. Habt ihr irgendwas für mich zum Mitmachen da? Zum Mitmachen haben wir viel für dich. Du kannst bei uns auf dem Roten Bazar beim Charity-Gewinnspielen mitmachen und einen Preis gewinnen gegen eine kleine Spende. Sonnenbrille gewonnen und natürlich nicht vergessen, eine kleine Spende für die Krebshilfe. So, jetzt schauen wir mal weiter. Gehen wir mal zu Bio-Austria, unserem Partner. Bio-Austria ist ja schon ein langjähriger Partner vom Salzburg-Marathon. Und wir wissen alle, Bio-Lebensmittel sind super wichtig, auch für Sportler. Darum seid ihr ja dabei. Was können wir da bei euch am Stand machen? Ja, also wir geben Bio-Informationen weiter und wir haben zwei Gewinnspiele. Einmal kann man Urlaub gewinnen und dann haben wir ein Sofort-Gewinnspiel. Das ist eben unser Logo, der Gütesiegelrad. Auch auf diesem Rad sind zwölfe drauf, aber nur viere stehen eben für Bio-Produkte. Bleibt jetzt bei diesem Logo stehen und glauben Sie oder du, dass das für Bio steht? Nein, das steht nicht für Bio. Ganz richtig. Also die vier richtigen wären natürlich Bio-Austria, dann der Demeter-Verband, das AMA-Bio-Siegel und das EU-Bio-Siegel. Super, danke Ihnen. So, schauen wir, was es noch zu entdecken gibt auf dieser Sport-Mall. So, dann schauen wir mal weiter zum Run-Up-Magazin. Hi, Paolo. Hallo. Was ist denn das Run-Up? Ja, das schönste Lauf-Magazin Österreichs. Wunderbar. Und was kann man da bei euch am Stand machen? Du kannst am Gewinnspiel mitnehmen, indem du hier dich als Mozart auf das Run-Up-Cover platzierst und dann mit unserem Hashtag das auf Instagram postest. Also ich würde mal sagen, Mozart steht mir gut. Also nicht vergessen alle, holt euch ein Run-Up und schön lesen. So, jetzt machen wir uns auf den Weg zur Startnummern-Abholung. Aber davor gibt es noch einen Punkt, den wir ansteuern müssen. Und zwar unsere Memorial Wall. Hier sind alle Namen angeführt von allen Teilnehmern der Laufestspiele der Mozartstadt. Ich werde jetzt meinen Namen suchen und wünsche euch viel Spaß auf der Sportmall.